der Sonne sind die Barriere und evakuiert die Festung diese Lieder möchten mit den Ereda Worte wechseln wenn wir schon nicht mehr drin werden der Indie hier als als Indie da ich öffne die Zelle für euch wer ist er hier Wächter, achso vollminär ihr steht vor mir, nachdem so viele euresgleichen gefallen sind lasst mich frei, dann verschwone ich euch vielleicht hm komm, das war schnacken Kumpel hier der lässt sich richtig dick Zeit, ne? hm jetzt hab ich mich runtergeschmissen ja, was nein ich hab ihn ange- äh, jetzt hab ich ihn tatsächlich äh, wer ist das hier? ja eingekesselt, ne weil nur weißt du, was ich meine ja ich hab ihn angehen also auch es geht ja und es geht nicht nicht ich nicht angreifen ja den haben wir auch verhauen Azzarotz darf nicht fallen lasst euch nicht beschafft die Zwillingskäden des Betrügers von Warde Teufels in Suramar falls wir uns nicht wie eine Teufelsfledermaus an Krasus Landeplatz bringt euch nach Suramar Baredes Zeit ist gekommen ich bin so froh endlich mal wieder neue Bilder zu sehen und die Geschmondsweine sind schon echt langweilig und der Teufelssäbler ist natürlich auch wirklich geil das ist schön ach so wie auch leichte Ruckler in Salaran jetzt? ne ich schon dabei ist mein Rechner doch besser als dein ja siehste aber du spielst wahrscheinlich auch ultra niedrigste Grafik in Schwarz ja natürlich also richtig bitte ins Mikro was blickst du schon? ja cool cool was ist das für ein Gebiet? ach das ist das neue, ne? mhm mhm und dann muss man ähm irgendwann in diesem neuen Land Wellen wo man anfangen möchte mhm mhm ok achso ich bin ja grad hier im wie heißt denn das? wie nennt sich das denn hier? ähm nicht Inni nicht ähm konnten wir doch früher immer spielen wie heißen die Dinger denn die man anwerfen konnte? gestillat stürzt euch selbst in die Kastung zeigt ihnen eure Macht ok lust wieso? ach ja das ist ja Szenario 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 ok das wollte ich gut ja da müssen wir unseparatisieren ja ups mh das kann ich nicht angreifen rumpf rumpf hier bin ich mehrin bzw.in blitz дисk ich müsste da hinten hin Jaja, ich seh schon grad was hier Und äh, was ist das passiert glaub ich auch mal gleich Oh! Guck mal, viele hier Ja, mein ich Also bei mir geht's noch, gerade Ey, wer sind diese Bitches? Ja Diese Bitches machen mich jetzt gleich gerade, so wie es so weiter geht Okay, der Angriff war mal Porsche als getimed Und das nicht Menschen Oh, ich hab automatisch irgendwie wieder Leben dazu bekommen, richtig fett Das hat das nicht Oh, jetzt kommt der da vorne Oh je, oh je, oh je, oh je Der, richtig, der Typ Den wollte ich ja gar nicht cuanto Hhhhh Schnell, 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 schnell Schnell, mich da genug heels sein Ich will mit dir nicht kämpfen. Alter, ich will mit dir nicht kämpfen. Oh shit. Zeit mal schnell zu reiten. Jetzt irgend wieder rüber. Was können wir hier machen? Jo, 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 jo. Shit. Macht doch eigentlich Spaß hier. So mit dem zu kämpfen und schnell alles so. Ja. Bisschen üben muss man noch, aber ansonsten... Okay, der ist aber irgendwie schon ein bisschen heftig, der Kollege. Oh, ich muss weg hier. Eins, zwei, drei! Ach, der Fettsack, ja. Den... ...wurde ich vermeiden. Was für'n Fettsack? Heftig, der Berserker? Nee, die war nicht so schwer. Diese andere Ding ist schwer. Teufelskommandant 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 Igreos. Der war heftig. Also ein bisschen heftiger jedenfalls als der Rest. Was denn denn ist das? Oh, kommt jetzt schon wieder einer? Ich seh' nix, äh, egal. Da steht noch so ein Teil. Dritter Zauberschutz. Das ist schon der dritte? ..Oh, oh, 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 holy fuck! Die seriale Dinger, die... nach dem du betötet hast... Mh. Der Sererzaun oder so. Jaja, hm. Die füllen das auf, ne? Ja, cool Ich meine, man kann, irgendwie ist das voll spielerisch, so ein bisschen verspielt, man kann die rumpumpeln wie man will, ne? Das ist irgendwie witzig Dieses Auffüllen ist wie bei den Pandaren, wenn die heilen und du gehörst ja durch diese Heilbubble, weißt du? Ja, ja Scheiße, ich sterbe gleich Faust des Betrügers, den meinst du, oder was? Oder wo bist du? Geht dir überhaupt scheiße aus, ne? Ich bin tot, scheiße Hast du keine Dings mehr gehabt hier? Steine und so? Hab ich vergessen? Also die erste geballert hier Egal Ja schon ein bisschen heftiger, find ich Das war schon ein bisschen Ich bin außer Reichweite Das war schon ein bisschen Ich bin außer Reichweite Und ich bin außer Reichweite Wie das kann man gar nicht kicken hier bei dem Film, ne? Verrücker So Der Bro ist tot Ich finde die Farbe irgendwie besser geworden, ohne Grund kommt es so vor jetzt sind es wirklich besser abgestockt bitte aber das Teufelzegel und sollte im schwarzen Tempel sterben seht jetzt die Macht meines neuen Meisters hm aha, soll ich ihn jetzt umnieten? warte, das muss hier irgendwie hin, oder? aber ich glaub der kommt zu mir kommt zu mir sagt er auch noch so ne das ist voll cool eigentlich also ich glaub das ist ja ich mag das, wenn das so schnell ist so irgendwie ne mal richtig abgehen pass mal auf, irgendwann kommen wieder die Russenspieler oder irgendwelche Dauerzocker, die voll abgehen drauf und du denkst so, alter, willst du mich verarschen jetzt hab ich zum Beispiel da find ich ja wieder an, jetzt hab ich gekickt obwohl es gar nix zu kicken gab, ne woah woah shit jetzt wird es auch ein bisschen knapp für mich hier kann ja auch nichts essen und so ne ey der nimmt diese scheißfragmente grad nicht ich wollte hier dieses erstens die kann ich glaube jetzt in die tonne treten ich bin dem tode nahe der mich gestunnt ich brauche keine waffen der sterblichen es ist nicht vorbei mit oder ab aber schon eine knappe sache hier ja ich muss sagen ey wie lange bin ich eigentlich hier gestanden, was soll der fuck ey was soll dieser blödsinn meint ich so also besser ist es bevor du mit denen du kämpfst, dass man diese Teufelschild-Sauber-Schutz-Dinger äh deaktiviert ach Mensch doch keine ahnung was du meinst das sind so Dinge die stehen, die aktiviert oh ich hab geklingen, oh Zwillingsklingen des Betrügers die Legion wird diesen Tag so schnell nicht vergessen wir haben die schlimmsten ah ja jetzt sehe ich sie sie sehen sie in der Fettigung 750 okay kommt mir nur so viel hoch oder so hoch vor wenn du mir denkst aber so richtig anders sehen die auch nicht aus als der anderen oder? ne aber cool trotz allem mhm wie ist er denn hier, Altrio ist der Leiden ach so ist mein Kollege hier flieg lesbische Seemöbel so jetzt fliegt glaube ich wieder zurück kann das sein? kann das sein mhm du wirst auch eh oh Gott ich kämpfe jetzt naja ich hab irgendwann ein neues Artefakt hier drin was mach ich mit dem Ding was ist denn das hier drin? eine Minute Abklingzeit okay wirft in einem Wirbelwind aus Energie die Zwillingsklingen des Betrügers 108.000 Chaos Schaden klingt so viel aber kommt hier mir auch bald hier kommen 40 Millionen Leben oder so fürst Illidan kennt den Weg ja denkt immer daran es gibt kein Höhe glätte zu wer der Illidari über Graubland ich weiß nicht ob ich jetzt noch in der Phase bin oder wieder draußen du wirst mal warten oder? ich bin ja nicht ich bin noch drin ich meine ich bin ja wieder zurück dann bin ich ja nicht mehr in der Phase oder? ne du wirst nicht mehr ne warte ich mich ah schönes Paderborn nochmal jetzt bist du jetzt auch gegen ihn? was bin ich? da kämpfst du jetzt auch gegen ihn? ja hm hm sind jetzt die Klingeln? die Ding da? eben nicht bitte? eben nicht also der stand dich kurz bevor er verreckt so bei 100.000 Leben so was bei mir und dann schmeißt er die da hin und dann stehen die liegen die gekotzt im Boden also stecken die so drin und dann kann man sie aufnehmen dann kommt ein kurzes Filmchen was ist hier im Schiff? hm 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 doch du hast diesen gelb-grün nur geballert in den Regen eine jetzt kommt der richtige ist der ein bisschen knackiger soll ich mal hören doch nun das muss ich mal nicht reparieren Folientes Gemüt und die Gedanken über die Tonne zu ändern Okay, ich geb das mal auf. So, mein altes Leben ist eigentlich auch wert. Aber ich denk mal, man wird hier noch richtig viel Kohle zusammenkriegen. Das verkauf ich jetzt nicht alles. Ich sammel erst mal, wer weiß, wie das selten wird. Mimo, achso. Moment, gibt Mimo. Ja? Ja, nee. Das muss oder试吧 Das kann sich hoch betreiben, das denn in Dienot. Das kommt auch. ich bin sie sind er sieht auch so gut oder mann ist er verwandelt, der sieht richtig fucking fies aus hast du es? ist es so was weiß die ansage nicht wohin ewige wacht geleitet zur wacht der elite ach muss ich das selber machen? muss ich hier runterspringen oder what? ja echt jetzt? ja spring runter du wirst aufgefangen bin ich überhaupt richtig hier? ist das der richtige Weg? oh da ohne äh muss ich auf diese kleine Insel? oh ok ja das ist egal die Feste ja ja ich bin grad noch geglitten und deswegen kam wohl nix euer Jagd war also erfolgreich ha aber daran habe ich nie gezweifelt wartest du ruf mich wieder? ja ich hab doch gewartet ich hab doch gefragt ob die fertig bist und draußen wenn die ganze Zeit nicht gehört ich bin hier auf dieser Mini-Insel guck mir das mal so an gefangene Zonenwächter ich finde die Grafik hat sich ein bisschen verbessert kann das sein? mhm meine Einstellungen sind glaube ich auf hoch jetzt dann gibt es aber noch ein zwei weitere Einstellungen obwohl so richtig kann ich das gar nicht sagen weil mir wurde nicht mehr niedrig oder so angezeigt das ist eher so wie Benutzer definiert worden mhm ich weiß dich aber alles ewige Wachs Neuigkeiten gebt die nächste Quest verwendet eure Gleben um ein Loch in die Realität zu reißen und ein Portal zur Teufels... äh zur Teufelshammer in Magdum zu öffnen ich bin sofort da warte kurz mhm um zum Todesverurteilen weißt eure Elidari an die Dämonen gefangen tun muss ich jetzt einfach... Hm was macht sie jetzt schon wieder also wenn man mal mal hingucken die Grafik sieht wirklich schon besser aus irgendwie als vorher also ich habe jetzt keine Veränderung vorgenommen an mein oberstes ach ich hasse das wenn ich warte und dann hallo hast du die quest angenommen? ich musste kurz weg jetzt habe ich sie angenommen. gut hier ist so ein illidary toy. klick mal auf hier. oh das ist in die realität. ach jetzt hat das funktioniert. aber ich beurteile den mal zu tode ok. gut der ist weg. ups. den hat zu hämmert. jetzt kann ich das portal öffnen also doppelklick. das ist ja irgendwie auch blöd mit dem doppelklick. ich bin das nicht gewohnt. ich rechtsklick weißt du. na das sieht cool aus das portal. ja ne. auf jeden fall. es ist jetzt normal mit dem doppelklick oder wie? für alle aktionen? ne für alle ist das nicht. das ist ja nicht. ja ich bin noch eurer.